Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem wichtigen und spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Es gab gerade Breaking News und deswegen sitzt auch Tim Schieferstein hier vom Gold-Silber-Shop, denn die Differenzbesteuerung auf Silbermünzen ist ab sofort ad acta gelegt worden. Ja, ich bin gerade total aufgewühlt. Ich habe vor einer halben Stunde ungefähr ein BMF-Schreiben weitergeleitet bekommen, dass die Differenzbesteuerung für Silbermünzen ab sofort nicht mehr anwendbar ist, nur noch für Sammlermünzen, deren Wert 250 Prozent über den Metall-Watt hängt. Also und letzter Satz ist, dir ist das ab sofort anzuwenden, deshalb sind wir gerade dabei und ich weiß, dass andere Edelmetallhändler auch tun, alle Silbermünzen zu deaktivieren im Shop, damit wir uns nächste Woche sortieren können, aber ja, ab sofort 19 Prozent auf Silbermünzen. Also soweit ich weiß, gilt das ab sofort, woher kennt man diese Worte noch, genau, Schabowski, Grenze und so weiter. Also wir sehen eine Art, wie ich finde, Bananenrepublik, weil solche Sachen werden dann Freitagabends kurz mal so rübergeschickt vor dem Feiertag, vor dem Feiertag, immer in der Feigheit des Wochenendes.